Leute, ich habe das Spiel geladen und ich habe schlagartig Angst gekriegt. Ich weiß genau, was hier los ist. Ich kenne das. Ich kenne auch alle meine paar Mimer hier. So, jetzt muss ich erstmal meine Medien hier, meinen Klingelton runterstellen, sonst bimmelt das wieder total in meinem Ohr und dann sehe ich wieder nichts. Ja, das ist... äh, zusammenhängend. Auge und Ohren. Denk dran. Okay, jetzt sind hier aber ganz viele Kabel. Das ist nicht gut. Da ist mein Kabel. Ein Kabel zu haben ist immer sehr positiv. So, da ist ein Nautilus. Den habe ich noch nicht weggefloht. Das muss ich machen. Okay, jetzt geht's ab. Jetzt müssen wir gleich die Asche bäschen. Hier, bäschen. Bäschen. Da ist sie. Ich höre dich doch, junger Mann. Und jetzt kommt deine Bestrafung. Oh, Baby. Yeah, ich hau dich auf den Kiez, Digga. Wow, Alter. Oh, ja. Warn. Hast du gesehen, wie der die Wand gehauen hat? Ich glaube, der hat da was gesehen. Das schwöre ich euch. Okay, das ist bestimmt die gleiche Lava-Höhle, die wir schon mal uns angeguckt haben. Nur dann nochmal ein sehr böse. Ich höre schon wieder eine Asche-Bestien. Das ist... Ne, das ist ein Bull. Da kann ich mit üben. Mit einem von den Jungs kann ich. Ich fühle mich... Einer von den Jungs. Ich höre einen zweiten. Kinder, dat könnt ihr jetzt nicht mit mir machen. Musik von einem Ghoul abspielen und dann gar keinen Ghoul zeigen. Also da wäre ich fuchsi. Leute, da werde ich gewöhnlich. Das schwöre ich euch. Hallo. Ne. Reiselust. Das ist gut. Aber dabei brauche ich die Abenteuerkraune. Warte mal, was ist denn Reiselust? Da muss ich mal saufen hier. Was ist denn das? Reiselust, Heldenkrone. Ne, Reise. Minze. Mit Minze. Erfahrung fürs ganze Leben. Kann ich die verwurzeln? Ich hoffe. Ich hoffe mal, dass ich die verwurzeln kann. Irgendwann verwurzle ich die alle. Aber nicht mit der Heldenkrone. Das wäre ja totaler Schwachsinn. Also an sich wäre das ja voll die Verschwendung. Ne, das kommen wir nicht ins Haus. Ah, Jungs. Bin zu Maddy. Ich fühl... Zack. Also so ein bisschen Hochachtung vor mir, ne? Ist doch wohl drin. Schließlich kann ich euch hier theoretisch, wenn ich wollte, mit einem Schlag wegbashen. Oh, man, nimm den Schild und hau ab. Ey, mein Gott. Heilung. Mehr, mehr Heilung. Nee, zu wenig. Zu wenig Heilung. Zu wenig. Ah! Das... Das war nicht ausgewichen. Das war farsche. Das hat er nicht gemacht. Oh Gott. Ich spiele jetzt hier ein bisschen Ringelpiz mit anfassen. Das gebe ich zu. Aber das ist egal. Ne, ohne anfassen. Ohne anfassen. Das ist frech. Für den Zauber gibt's erstmal Backenfutter. Also das mach ich nicht mehr. So geht das nicht. Also da muss ich unbedingt den Finger zeigen. Ein ermahnendes Wort sprechen. Junger Mann. So geht das hier nicht. Aber es ist... Zumindest hat's irgendwie geklappt. Kennt ihr das, wenn ihr euch so hinterm Ohr kratzt? So Hunde, die mögen das ja auch. Wir sind alle gleich. Kinder, wir sind alle gleich. Wir sind alle sowas von gleich. Ein Ghoul. Was war das denn? Ich hab grad nicht den Namen gelesen. Vielleicht geht mir jetzt was, weil ich das nicht weiß. Bestimmt. Wusch. Wusch. Steinplatten. Was mach ich damit eigentlich? Ich hab da schon sehr viele gesammelt. Aber das ist mir jetzt noch nicht so wirklich klar, was ich damit anstellen kann. Hier, jetzt aber mal magisches Kraftfeld zerstören. Diesmal darf ich das. Pass auf. Eins, zwei, drei. Ein magisches Kraftfeld. Ja, ich weiß. Deswegen will ich das auch kaputt machen. Nicht mehr genug Mana. Hallo. Macht der da jetzt was? Mach das Ding kaputt! Hier, du da. Du da hinten. Du kannst mir helfen. Ein magisches Kraftfeld. Das ist, das ist wieder, das ist wieder so ein Moment, ne? Ist das Kraftfeld zerstören? Magisches Kraftfeld zerstören? Benötigt Mana? Hab ich genug? Ist egal. So, jetzt erstmal Mana tragen hier, bitte. So, jetzt Attacke. Los. Sag mal. Hab ich jetzt hier eigentlich... Hab ich irgendwas nicht mitgekriegt? Ich hab doch sogar meine Hand schon durch. Simsalabim. Da ist eine Schatzkiste, da möchte ich durch. Mach dieses Kraftfeld doch bitte kaputt. Du musst doch nur die Hand auflegen. Siehste nicht, ne? Siehste nicht. Ich verstehe das. Also, ich halte das auch für unmöglich. Wer könnte denn ahnen, dass da ein Kraftfeld ist, das ich kaputt machen möchte und ich das dann auch kaputt machen kann? Nö, das geht nicht. Scheiße, jetzt muss ich wieder... Oh Gott. Habt ihr diese leuchtenden Augen da unten gesehen? Junge, du bist tot. Deine Augen dürfen nicht mehr leuchten. Na okay, hier geht's erstmal für uns nicht weiter. Es sei denn, ich habe jetzt einen falschen Knopf gedrückt da beim Wallern, aber das glaube ich nicht. Kann ich hier eigentlich irgendwie weiter... Warte mal. Also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr dämlich, aber komm. Das ist frech. Das ist frech. Leute, so spiele ich das Spiel nicht. So nicht. Heute werde ich nur verarscht, kann das sein. Ich werde heute nur verarscht. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Ja okay. Lass mich hier einfach raus. Es ist in Ordnung. Ich habe... Ich dulde mir das jetzt einfach. So. Ich beuge mich meinem Schicksal. Gehe jetzt hier raus. Hör gleich nochmal diesen gruseligen Piraten. Da hinten ist ein Wasserfall. Leute, jetzt ist... Während ich hier aufnehme, ist gerade wieder im Haus alles am rappeln. Und da ist auch ein Schlüssel jetzt an der Tür. An unserer Tür. Ich gehe mal gucken. Ich gehe mal gucken. Entwarnung Entwarnung ist nur ein Kettensägenmörder Der hat den Schlüssel vergessen Ich hab den einfach reingelassen Ich hab gesagt, kannst du gerne machen, aber nicht so laut Weil hier ist immer noch Risen angesagt Das ist ein bisschen wichtiger Ich hab das bestimmt wieder nicht rausgeschnitten Leute, es ist einfach Ich bin gerade alleine zu Hause, es ist gleich wieder dunkel Ich mach die Passage hier Und draußen im Flur wird mit Schlüsseln geklimpert Also das könnt ihr nicht machen Das geht nicht Vermutlich, während ihr gerade guckt, ist helllichter Tag Draußen, Sonne scheint Warum seid ihr dann drin? Raus mit euch Hau bloß ab, Mann Ehe ich mich vergesse So, los Da nicht runterspringen Das tut weh Wäre natürlich lustig gewesen Wenn ich jetzt einfach mich gemault hätte So Da muss ich hin Da ist es richtig Guten Tag, junge Frau Hier Was passiert wäre Wenn sie in die falschen Hände geraten wäre Ich danke dir Mein Held Und ich will jetzt Geld haben Was ist mit dem Rest des Goldeshaus Stahlbats, Schatz? Für mich die Karte Für dich der Rest Was sagst du dazu? Ich denke, damit kann ich leben Du kannst auch noch das alte Haus meines Vaters haben, wenn du willst Ich brauch es nicht mehr Danke Das ist sehr großzügig Ich weiß jedoch nicht, wie oft ich in der Stadt sein werde Schade Naja Mach, was du für richtig hältst Es ist jetzt dein Haus Was wirst du nun machen? Ich denke, ich bleibe die nächste Zeit erstmal in meiner Kneipe Es kann ja nicht ewig dauern, bis der Inquisitor wieder abzieht und der Hafen wieder frei ist Hm Wir werden sehen Tja Das war's jetzt Hm Sieht ganz so aus Naja Hey, wenn du magst Komm doch einfach mal bei meiner Kneipe vorbei Vielleicht kann ich noch das ein oder andere für dich tun, hm? Werd's mir merken Pass auf dich auf, Kleiner Ich hätte jetzt gesagt, dass sie mit einem Schiff Um die Gegend pferde Zeig mir deine Ware Zeig mir deine Ware Achso, der hatte ich ja ganz viel Blödsinn noch verkauft Weil ich das alles nicht brauche Ja, manchmal brauche ich Geld Wenn ich Geld brauche, dann mache ich halt alles hier Und ich mache jetzt erstmal mich daran, hier wegzugehen Das ist wichtig Das ist ultra wichtig Der gruselige Pirat Irgendwann Ich sag's euch Irgendwann laufe ich hier durch die Gegend Und von hinten kommt da einer Von weitem angerannt Und der versucht mich dann abzuschnechen Abzustechen Nicht schnechen Was ist das denn für ein Wort? Schnechen Ich schneche, du schnechst Er sie echt Schnechen Schnaus Okay Aber wir haben jetzt einen Großteil unserer Aufgaben erledigt Guck mal, wir müssen gar nichts mehr machen Teleportsteine Wo ist denn der Rest von dem... Ah! Aua! Was ist das hier unten? Wo bin ich denn da gerade gegen? Achso Aua! Aua! Ja, gut Mh Mit Scheiben bei Severin im Zwischenlager vor der Vulkanfestung Aufgetaucht sein soll Äh, 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 äh Müsste vielleicht, wenn ich den von Patty unterstütze Das hab ich schon gemacht Don Esteban, ja Scheibe Majosiris, den hab ich Hab ich das von Severin auch schon gemacht? Im großen Osttempel Ja Ach, das war ja dieser Gürger Oder wie war das? Ja, ich glaube schon Ich verliere hier echt den Überblick Wir müssen unbedingt Achso, Severin war das hier Der, den wir weggeknallt haben Ach ja, ich weiß ja noch nicht mal mehr, wo Diese komische Banditenausgrabung sein soll Das weiß ich ja auch alles nicht Ist es ja nicht diejenige, die ich hier selber ausgehoben habe Weiß doch kein Mensch Ja, nee Nee, ehrlich jetzt Was soll der Schwachsinn? Ich kann ja überall hinlaufen Ich bin ja schon ein großer Junge Aber das ist, das macht Ich hätte jetzt gesagt, hier wär irgendwas Aber nö Fincher Banditenlager, so Kristallscheiben für den Don Mhm Nee Okay Alles, was Heilung bringt Ach, das brauche ich ja eh nicht Geheimnis des Ostseppels Das sag ich doch Ausgrabung im Osten Macht mir Sorgen Ist das hier irgendwo? Ich weiß es doch nicht Ausgrabung im Osten Ja, das ist Osten ist weit Das ist bestimmt irgendwie so im Nordosten wieder, ne? Ja Ich muss gerade erst mal Stress abbauen Ich weiß gerade nicht, wie ich das machen soll Gibt's hier irgendwas, was ich mit häufiger Hi Sam Sam Sammy Baby Sam, du bist der beste Mann Ach, ich hasse es, wenn Leute das machen in so Spielen, ne? Wenn die die ganze Zeit springen Und damit schneller sein wollen Das macht mich immer so nervös Jedes Mal Warte mal Hier gab's doch Leute, die ich nicht umbringen konnte Vielleicht geh ich da einfach mal hin und frag Hier, nimm mal deine Hacke Ich brauche Ruhe Ja, ich auch Hau bloß ab, Mann Ehe ich mich vergesse Ey, du Ich will nicht handeln Mach was anderes Mach was anderes Das ist auch so ein geflügelter Satz, ne? Den könnte man immer wieder bringen Mach was anderes Ja Was machst du da? Nö, nö Ja Mach was anderes Reicht Okay, das ist immer noch nicht Osten Für meine Verhältnisse ist das hier immer noch nicht Osten Das ist nicht Osten Wenn das ist da oben Auf diesem komischen Plateau Da wo ich schon Tausendmal war Und nie wirklich hin wollte Sonst kann man doch hier auch mal gucken Wie viele Scheiben habe ich denn? Wenn ich drei Stück habe, dann bin ich gut Teller Wie sehen die denn eigentlich aus? Da, drei Stück Goldene Kristallschebe Drei 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 Ich müsste mal an der Alchemie-Bank Damit ich hier noch ein bisschen stärker werden kann Oh ja Das ist mein Leben Das ist mein Leben Mein Leben ist gut Kinder, mein Leben ist super gerade Ich sag es euch Was mach ich hier eigentlich? Warum spiel ich das? Warum mach ich überhaupt noch Video? Ich hol mal jetzt einen Knüppel raus hier Okay genau Ausgrabung im Osten Das wird doch wohl jetzt nicht so schwer sein Die werde ich doch bestimmt finden Ist das hier schon weit östlich genug? Ne ne? Hat der in der Vulkanfestung auch gesagt Das sei im Osten Dann muss ich ja noch weiter Ich geh jetzt erstmal hier runter Warum auch nicht? Ne ich Mir fällt echt nichts ein Warum ich da nicht hin sollte Weil das ein Kessel ist Und ich dann nicht mehr rauskomme Ja Das ist ein ganz guter Grund Ich geh jetzt hier links lang So Ist ja nicht so Als wären wir hier schon mal gewesen Schon hundertmal Goldmal Hier ist ein Feuer Das heißt hier lebt eigentlich jemand Guck mal der Kopf Und der dies hier Das sieht aus wie so ein Frosch Der Froschfels Oh Könnt sich doch jemand von euch An den Froschfelsen erinnern Aus welchem Spiel ist das? So jetzt seid ihr gefragt Ist das hier ne Ausgrabung? Erzählt das hier offiziell als Ausgrabung? Hier gräbt aber keine Ostküste Das mit Ost Das reicht mir Ich will ja mal da oben hin Da Da oben auf das Ding Ist das vielleicht die Besagung? Der Ausgrabung? Aber das wäre ja mein Fuck Jetzt ne Dass ich da eigentlich schon weiß Wo ich hin muss Aber das noch nie gemacht habe Einfach Ja Ja das wär's Habt ihr gesehen wie ich den Wolf erledigt habe? Ich hab da gar nicht richtig hingeguckt Obwohl ne das ist die Stadt oder? Ist das hier die Stadt? Gehört das zur Stadt? Ist das Lager da? Mein Gott Ich weiß doch nicht Das hier ist keine Ausgrabung Warte mal Wenn man da reingeht Das ist doch hier ne Astro Eine Ausgrabung Hier Ein paar stinkende Fische und ein Anker Wer ehrlich jetzt Leute Ne ne Ganz Ganz Ne Wer schleppt ein Anker hier rauf? Hier ist ein Berg Mitten auf dem Berg Wer schleppt ein Anker auf dem Berg? Da hat bestimmt wieder irgendjemand Spaß gehabt Er hat gesagt Wie groß werden wohl die Wellen Wenn ich den von hier runter schmeiße? Ne So einer war das Er hat gedacht Das wäre witzig Er hat sich schon ins Fäustchen geladen Er hat gesagt Pass auf Eckart Ich hab jetzt ne voll geile Idee Wir schmeißen jetzt einfach einen Anker da runter Was ist da denn? Ja Warte mal Hier Genau da Hoffentlich kann man da levitieren So Sonst bin ich jetzt tot Ja Ich bin ein toter Mann Was sei denn Wir müssen mal den Moment abwarten Wo ich zweimal levitieren kann Und dann gehen wir wieder hier rauf Ja das ist doch ein guter Plan So Kinder bis zum nächsten Mal Tschüss